Es ist wieder Zeit für die Online-Kinderstunde. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patrick und ich begleite euch heute durch das Video. Wir haben heute eine Menge für euch vorbereitet. Heute gibt es viele tolle Sachen. Unter anderem sind Jupp und Piet wieder da. Und wir erzählen die Neuigkeiten von Ostern. Wir möchten direkt losstarten mit einem Lied. Also macht euch bereit, setzt euch gerade hin, schüttelt euch ein wenig oder wenn ihr dürft, stellt euch hin. Es geht los. Auch von unserer Seite wieder herzlich willkommen bei der Kinderstunde. Wir wollen diesmal wieder mit euch ein paar Lieder zusammensingen. Und ihr könnt natürlich gerne kräftig und laut mitsingen und die Zeichen mitmachen. Und wir haben uns wieder ein paar Helfer geholt. Die könnt ihr natürlich auch gerne wieder aus eurem Kinderzimmer holen. Und die können euch dann beim Singen oder beim Zeichen helfen. Ahnung, ich möchte da was gemacht werden. Und ihr könnt ihr Simen oder beim Zeichen ver senza CO. Und wie gut ist das ganze Meer. Oh, oh oh oh. Und ich glaube euch dann bis heartbeat ernięt. Wie gut es ganz allein ist dem Gamez. Und sie Oh, wie gut ist Gott zu mir, oh, wie gut ist Gott zu mir, immer kann ich sagen, Gott ist gut zu mir. Er hört mich, wenn ich bete, wie gut ist Gott zu mir, er hört mich, wenn ich bete, wie gut ist Gott zu mir. Immer kann ich sagen, Gott ist gut zu mir, oh, wie gut ist Gott zu mir, oh, wie gut ist Gott zu mir, immer kann ich sagen, Gott ist gut zu mir. Er hilft mir immer wieder, wie gut ist Gott zu mir, er hilft mir immer wieder, wie gut ist Gott zu mir, immer kann ich sagen, Gott ist gut zu mir. Oh, wie gut ist Gott zu mir, oh, wie gut ist Gott zu mir, immer kann ich sagen, Gott ist gut zu mir. Auf ihn kann ich vertrauen, wie gut ist Gott zu mir, immer kann ich sagen, Gott ist gut zu mir. Oh, wie gut ist Gott zu mir, oh, wie gut ist Gott zu mir, immer kann ich sagen, Gott ist gut zu mir. Es sind Osterferien. Von den Ferien habt ihr vielleicht nicht so viel mitbekommen, weil ihr gerade sowieso schon seit Wochen nicht in der Schule oder im Kindergarten wart. Aber, dass es Ostern ist, habt ihr sicherlich nicht vergessen. Denn überall ist Osterdeko, es gibt Osterhasen und Ostereier. Und wir haben euch auch schon von der Vorbereitung zu Ostern erzählt. Wir haben euch von Palmsonntag und von Karfreitag erzählt. Und jetzt wollen wir mal wissen, wie viel ihr euch gemerkt habt vom Karfreitag. Dafür brauchen wir einmal kurz Hilfe. Jupp, Piet, seid ihr bereit? Alles klar. Jupp und Piet machen jetzt ein Quiz zu Karfreitag für euch. Und danach geht es weiter mit der Geschichte von Karfreitag zu Ostersonntag. Bitteschön. Hallo liebe Kinder, mal sehen wie viel ihr von der letzten Geschichte behalten habt. Wir stellen euch fünf Fragen, bei denen es jeweils vier Antwortmöglichkeiten gibt. Nachdem die Frage gestellt und die Antwortmöglichkeiten vorgestellt wurden, geben wir euch ein bisschen Zeit, damit ihr überlegen könnt. Ähm, kriege ich auch etwas Zeit, Jupp? Ach Piet, wir sind die Quizmaster. Wir müssen die Lösung doch kennen. Ach so, logisch. Ja, natürlich kenne ich alle Lösungen. Wir werden ja sehen. Na dann lass uns anfangen. Super, los geht's mit Frage 1. Welche beiden Symbole wurden gezeigt? A, Pik und Ass. B, Herz und Kreuz. C, Kreis und Quader. Oder D, Kreuz und Kreis. Boah, das ist eine gute Frage. Und gar nicht so einfach. Hm, ach, wenn man dabei war, dann weiß man das bestimmt noch. Meinst du, Jupp? Ganz sicher, Piet. Dann bin ich ja mal gespannt. Kommt jetzt die Lösung? Ja, in 3, 2, 1, jetzt. Antwort B ist korrekt. Herz und Kreuz. Oh, ich hatte gedacht, äh, naja, jetzt weiß ich es ja besser. Frage 2 kriegst du bestimmt besser hin, Piet. Ja, Frage 2. Wo brachten die Soldaten Jesus hin? A, nach Rom. B, in ein Hotel. C, vor Gericht. D, auf ein Schiff. Du, Piet? Ja, Jupp. Moment, irgendwas ist ja komisch, oder? Stimmt, Piet. Das müssen wir doch eigentlich anders herum sagen, oder? Ja, du, Jupp. Ja, Piet. So ist es besser, oder? Ja, viel besser. Aber wir müssen jetzt die Lösung besprechen. Es ist... Antwort C. Jesus wurde von dem Hohen Rat ein Gericht gebracht. Oh Mann, das war echt unfair, oder? Hm, naja, hier kommt Frage 3. Wie hieß der Mann, der Jesus verurteilte? War es A, Pilatus. B, Yoga. C, Cäsar. Oder D, Jens. Hm, mein Cousin heißt Jens. Aber der war noch nie vor Gericht. Das ist doch gut, oder, Jupp? Ja, ich denke schon. Jupp, du bist so schlau. Ich weiß. Aber die Kinder bestimmt auch. Also, was ist die Lösung? Es ist... Antwort A. Es war Pilatus. Das wusste ich sogar. Ich auch. Sehr gut, Piet. Mal sehen, ob du das nächste auch weißt. Frage 4. Wie lautete das Urteil? Was? A. Urlaub. Oder B. Gefängnis. C. Der Tod. Oder D. Freispruch. Puh, schwere Frage. Ich hoffe ja, dass es D war. Lass mir die Kinder doch einfach mal nachdenken. Du, Jupp? Ja, Piet? Ich glaube, alle halten uns Sockenhandpuppen für Quatschköpfe. Das kann sein. Aber sind wir das nicht auch? Ja, schon. Aber man soll uns deswegen nicht gleich in die gleiche Sockenschunglade stecken, finde ich. Da hast du recht. Aber Achtung, da kommt die Lösung. Es ist... Antwort C. Der Tod? Oh Mann, wie schrecklich. Da hast du wohl leider wieder recht, Piet. Aber warum ist das passiert, Jupp? Gute Frage. Lass uns doch die Kinder fragen. Vielleicht wissen die das noch und können uns das sagen. Okay, gute Idee, Jupp. Also Kinder, Frage 5. Warum musste Jesus sterben? War es A. Weil er ein schlechter Mensch war? B. Einfach so, ohne Grund. C. Ähm, keine Ahnung. Oder D. Aus Liebe zu dir und mir. Oh, ich glaube, das weiß ich sogar doch. Ich auch. Aber nicht verraten, oder, Jupp? Nein, nein, nein. Aber ich bin mir sicher, dass die Kinder das selbst ganz gut wissen. Dann kommt jetzt hier die Lösung. In 3, 2, 1... Es war natürlich aus Liebe zu dir und zu mir. Deshalb musste und wollte Jesus sterben. Dieser Jesus ist schon der besonderste Mensch, den es je gab, oder, Jupp? Ja, auch wenn es das Wort nicht gibt, hast du trotzdem recht, Piet. Aber war jetzt alles vorbei? Hm, das weiß ich gar nicht so genau. Ich bin genauso gespannt wie du. Erzählt Linda jetzt, wie es weitergeht? Nein, diesmal macht Nathalie das. Oh ja, super. Die Geschichte geht weiter. Viel Spaß, Kinder. Und hört gut zu. Was jetzt kommt, ist super wichtig. Hallo, Kinder. Wenn man an Ostern denkt, dann denken viele an Osterhasen, an Ostereierfärben und vielleicht auch an Ostereier suchen. Aber wieso ich eher an sowas denke, das erfahrt ihr zum Schluss. Jesus musste sterben, weil Gott uns so sehr liebt. Das haben wir letztes Mal von Linda gehört. Und deswegen bedeutet Kreuz auch Liebe. Und jetzt stell dir mal vor, du hast dir was richtig eingebrockt. Du hast zum Beispiel im Wohnzimmer mit dem Ball gespielt, obwohl du ganz genau wusstest, das war verboten. Und dann ist irgendwas kaputt gegangen, irgendwas Teures. Oder du hast deinem Geschwisterkind so richtig eine reingehauen, weil du so wütend warst. Und jetzt ist natürlich eine saftige Strafe angemessen. Und deine Mama möchte dich bestrafen. Und dann kommt dein Bruder oder deine Schwester und sagt, Mama, kannst du lieber mich bestrafen? Ich glaube kaum, dass sowas passieren würde. Aber selbst wenn, dann wäre das ja eigentlich total unfair. Das Geschwisterkind hat es ja gar nicht verdient. Ich war ja, oder du, warst ja dann derjenige, der sich das eingebrockt hat. Aber wisst ihr, genau das hat eigentlich Jesus für uns gemacht. Die Strafe, die wir verdient haben, die hat er für uns getragen, weil er uns so liebt. Und das Schöne ist aber, die Geschichte endet nicht am Kreuz, sondern sie geht weiter. Und ich würde euch gerne erzählen, wie es weitergeht. Letztes Mal sind wir stehen geblieben, also da stehen geblieben, wo Jesus am Kreuz hing und wo er gesagt hatte, es ist vollbracht. Und dann ist er gestorben. Und das hat aber einer mitbekommen, nämlich der Hauptmann. Er stand neben dem Kreuz und hat gesehen, wie Jesus gestorben ist. Und als er das gesehen hat, waren seine Worte wahrlich. Dieser war der Sohn Gottes. So, es ist nun Abend geworden. Und Josef von Arimatia, das ist ein angesehener, ein reicher Mann, der hat Jesus auch sehr gelebt. Der ist zu Pilatus gegangen, der war so mutig und hat ihn gefragt, ob er den Leichnam von Jesus haben kann, um ihn zu begraben. Und Pilatus wundert sich und fragt ihn, wie ist Jesus jetzt schon tot? Also es ist ja noch nicht so viel Zeit vergangen, weil einige echt sogar bis zu zwei Tagen am Kreuz hingen, bevor die überhaupt gestorben sind. Aber Jesus war schon tot. Und dann geht er zu dem Hauptmann oder ruft den Hauptmann und fragt ihn, stimmt das, dass Jesus schon tot ist? Und der Hauptmann, der bestätigt, ja, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wie Jesus gestorben ist. So, also kann Josef den Leichnam von Jesus haben und er kauft so Leinwänder, wickelt den Leib von Jesus in diese Leinwänder und legt ihn in ein Grab. Und das Grab, das war nicht so eins, was wir von unseren Friedhöfen kennen, wo man die Leute wirklich unter die Erde eingräbt, sondern das ist ein Felsgrab. Das war ein neues Grab, da wurde quasi eine Höhle in den Felsen geschlagen und dann konnte man dort die Leute begraben. Jesus wurde also eingewickelt, in das Grab gelegt und was ganz wichtig ist, das Grab wurde verschlossen mit einem Stein. Und zwar war das ein riesiger Stein und den musste man mit mehreren Personen so hinwälzen zu dem Grab, um das Grab verschließen zu können. So, jetzt bricht nun der neue Tag an. Es ist Sabbat, das ist der Ruhetag der Juden und die hohen Priester und Pharisäer, die kommen zu Pilatus. Die haben nämlich eine Sorge und die sagen zu Pilatus, weißt du Pilatus, wir haben uns daran erinnert, wie Jesus, als er noch gelebt hat, der hat gesagt, am dritten Tag werde ich auferstehen. Und jetzt stell dir mal vor, die Jünger, die kommen vielleicht nachts in das Grab, die stehlen den Leichnam von Jesus und dann laufen sie überall im Volk rum und erzählen, wie Jesus auferstanden ist, also dass er auferstanden sei. Stell dir mal vor, was für ein Chaos, was für eine Verwirrung würde das bringen. Ja, Pilatus denkt nach, das stimmt, ihr habt recht und er gibt denen Wachen. Und zwar stellt er Wachen vor das Grab. Übrigens wird das Grab dann auch noch versiegelt und die Wachen werden da vorgestellt. Und so wird wirklich sicher gegangen, dass keiner unbemerkt in das Grab durchdringen kann, dass keiner unbemerkt irgendwie den Leichnam von Jesus stehlen kann. Und so können Lügen verhindert werden. Und jetzt sind die Hohepriester, die Pharisäer und Pilatus alle beruhigt. So, was ist eigentlich mit den Jüngern passiert? Die Jünger, die haben sich versteckt in einem Raum und haben alles verriegelt. Die hatten nämlich richtig Angst bekommen. Die waren ja die ganze Zeit über mit Jesus unterwegs. Und wenn die Juden jetzt Jesus umbringen wollten, dann war es ja naheliegend, dass auch sie in Gefahr waren. Deswegen haben die Angst bekommen und haben sich eingeschlossen. Und ich kann mir vorstellen, wie traurig die gewesen sind. Stellt euch vor, ihr seid die ganze Zeit mit jemandem unterwegs, den ihr so sehr lieb habt. Und ihr habt gesehen, wie die Leute, die Menschenmengen, die haben Hosianna gerufen. Die haben ihn als König empfangen und ihre Kleider auf den Boden vor ihm gelegt. Und jetzt ist dieser König tot? Ist alles sinnlos gewesen? So sitzen sie da, eingeschlossen in dem Raum. Am nächsten Tag, das ist dann der erste Tag der Woche, das ist bei uns der Sonntag dann, machen sich einige Frauen auf den Weg. Die wollen zum Grab laufen. Und zwar haben die sich was vorgenommen. Damals war es ganz normal oder nichts Außergewöhnliches, dass man die Toten vor dem Begräbnis mit so wohlriechenden Ölen einbalsamierte. Und das wollten die Frauen jetzt mit Jesu Leichnam machen. Die haben die Öle gekauft, sind zum Grab gelaufen und wollten den einbalsamieren. Und unterwegs machen die sich aber echt Sorgen. Die fragen sich, wie sollen wir den Leib einbalsamieren, wenn da doch der Stein voll ist. Der Stein ist riesig, der ist so schwer, den könnten wir gar nicht alleine wegschieben. Und die sehen dann aber, wie unnötig diese Sorgen gewesen sind. Zu ihrer Überraschung ist das Grab nämlich offen, als die ankommen. Da ist kein Stein mehr vorgeschoben, der ist weggewälzt. Wisst ihr, was passiert ist? Ich erzähle es euch. Es gab nämlich noch ein Erdbeben. Da kam ein Engel vom Himmel runter, hat den Stein weggewälzt, sich draufgesetzt und von dem Anblick des Engels, denn steht in der Bibel, sind die Wächter wie tot umgefallen. Und jetzt stehen also die Frauen vor dem Grab. Es ist offen. Und die gehen rein, gucken rein. Und auf der rechten Seite sehen die einen Mann, einen jungen Mann in einem weißen, langen Gewand. Und dieser Mann, der richtet sich an sie und sagt ihnen etwas. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen. Und zwar sagt er zu ihnen, Er schreckt nicht, ihr sucht Jesus den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass ihr euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und die Frauen, die sind starr vor Schreck. Sie fliehen und laufen schnell weg. Und jetzt könnte man ja meinen, dass die Jünger, als sie die Nachricht gehört haben, dass sie sich freuen. Aber die haben sich nicht gefreut, dass Jesus auferstanden ist. Die haben das nämlich nicht geglaubt. Die meinten, das sind Märchen, das klingt nach Märchen, das können wir nicht glauben. Und sie glaubten den Worten nicht. So sind sie in diesem Raum, hinter verschlossenen Türen. Und plötzlich steht jemand mitten unter ihnen. Obwohl der Raum verschlossen ist. Und es ist Jesus. Die Jünger können es kaum fassen. Jesus lebt. Er steht mitten unter ihnen. Sie können ihn mit eigenen Augen sehen. Er lebt. Er ist nicht mehr tot. Friede sei mit euch, so begrüßt Jesus. Und sie können seine Narben sehen. Die Nagelmale können sie sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie spätestens jetzt sich riesig gefreut haben, Jesus Leben zu sehen. Einer der Jünger, der war zu dem Zeitpunkt nicht da. Das war der Thomas. Und so kommen die Jünger dann zu dem Thomas und sagen ihm, Thomas, weißt du was? Wir haben Jesus gesehen. Er lebt. Er lebt wirklich. Thomas glaubt es aber nicht. Der kann das aber nicht fassen. Und der sagt denen, nein, das kann ich nicht glauben. Erst wenn ich selber meine Finger in die Nagelmale, in die Narben von Jesus legen kann, erst dann werde ich es glauben. Aber sonst, nee, das glaube ich euch nicht. Einige Tage vergehen und die Jünger sind dann wieder in dem Raum eingeschlossen. Thomas ist diesmal mit dabei. Und plötzlich steht Jesus wieder mitten unter ihnen. Und er begrüßt sie wieder genau gleich wie das letzte Mal. Friede sei mit euch, sagt er zu ihnen. Und Thomas, der ist voll baff. Jesus wendet sich an Thomas und sagt ihm, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas, er sieht ihn, er sieht die Nagelmale. Und er sagt zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Und Jesus entgegnet ihm, weißt du Thomas, du hast es jetzt mit eigenen Augen gesehen, dass ich lebe. Und deswegen fällt es dir so einfach zu glauben. Aber weißt du, glückselig sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Und ich glaube, das ist auch eine Aufforderung an uns. Wir können glauben, dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus lebt, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und Jesus war tot. Aber der Tod hatte keine Macht über ihn. Jesus ist so stark, dass er sogar stärker ist als der Tod. Und deswegen war das Grab leer. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Und jetzt kommen wir wieder zu meinem Zweig zurück, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Wenn im Winter alles kahl ist und die Bäume, die scheinen so tot. Und dieser Ast, der schien auch so tot zu sein. Dann kann ich jetzt in die Natur gucken, jetzt wo Frühling anbricht und die ganzen Knospen sehen. Ich sehe, wie alles anfängt zu blühen. Und diese Knospen, für mich stellen die Leben dar. So bildlich gesprochen. Das erinnert mich an Leben. Und wisst ihr, Jesus möchte jedem dieses Leben geben. Und das ist nicht nur das Leben, das wir hier auf der Erde haben, sondern es gibt noch ein anderes Leben. Und zwar ein Leben nach dem Tod. Und in der Bibel wird das als ewiges Leben bezeichnet. Und letzte Woche haben wir ja den Vers gelernt, wo es hieß, dass Jesus gestorben ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und deswegen wissen wir, jeder, der an Jesus glaubt, der kann dieses ewige Leben haben. Und selbst wenn er gestorben ist, dann darf er trotzdem leben, weil er an Jesus glaubt. Und das ist die riesige Freude von Ostern. Und wenn ihr das nächste Mal spazieren geht oder vielleicht auch nur aus dem Fenster schaut und dann den Frühling anbrechen seht, dann denkt dran, Jesus lebt. Und darüber können wir uns freuen. Das ist die Hoffnung, die wir immer haben. Und wir, wenn wir an Jesus glauben, dann dürfen wir uns gewiss sein, wir werden ewig mit ihm leben. Das heißt, für immer. Ewig heißt, es wird nie enden. Und das ist richtig schön, dass wir das wissen können. Das ist die Botschaft von Ostern. Und jetzt wird Linda noch mit uns den nächsten Vers lernen für die nächste Woche. Ich möchte mit euch zusammen den Lernvers lernen. Wir lesen ihn mal gemeinsam. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 11, Vers 25 Ist jetzt eigentlich keine schwierigen Wörter dabei, oder? Der Vers ist auch eigentlich sehr verständlich. Das sind Worte, die Jesus gesagt hat und die für uns alle gelten. Wir lesen ihn noch einmal. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 11, Vers 25 Ich glaube, jetzt können auch die Kinder mitreden, die ihn noch nicht lesen können. Oder? Probiert's mal. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 11, Vers 25 Ihr seht, dass ein paar Wörter rot sind und nicht blau wie die anderen. Habt ihr eine Idee, wieso? Genau, das sind sehr wichtige Wörter. Und weil die so wichtig sind, reden wir die Wörter einfach ein bisschen lauter als die blauen Wörter, okay? Wird bestimmt lustig. Okay? 3, 4 Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 11, Vers 25 Hört sich komisch an, macht aber Spaß. Macht mal mit. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 11, Vers 25 Und halten sie schon neben euch die Eltern die Ohren zu? Ich hoffe doch. Wenn nicht, müsst ihr es vielleicht ein bisschen lauter machen. 3, 4 Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 11, Vers 25 Okay, und noch einmal. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 11, Vers 25 Und ich glaube, wir schaffen es noch ein letztes Mal, oder? 3, 4 Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 11, Vers 25 Jesus lebt und er möchte sein Leben mit dir teilen. Das ist die große Neuigkeit von Ostern. Und diese Nachricht wird auf der ganzen Welt gefeiert. Erwachsene und Kinder aus der ganzen Welt. Aus Kanada, aus Deutschland, aus Brasilien und Japan. Überall feiern die Menschen und die Kinder Ostern. Und sie grüßen sich mit einem Gruß auf allen Sprachen. Christus was Chris. Christ has risen. Christo ressuscito. Der Herr ist auferstanden. Überall grüßen sich die Menschen am Sonntag mit dem Gruß von Ostern. Und dann singen sie fröhliche Lieder. Und genau das wollen wir jetzt machen. Also macht euch bereit. Wir wollen mit euch jetzt noch ein Lied zusammensingen. Und wir haben uns da auch ein bisschen unterstützen geholt. Wie ihr seht, da hinten ist einmal die Flöte. Hier vorne ist die Panflöte. Und hier vorne ist die Geige. Die Klarinette. Ach, die Klarinette. So, wir wollen jetzt mit euch starten. Macht kräftige Zeichen mit und singt auch wieder kräftig mit. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, ich singe dir zur Ehre. Danke, dass du in mir lebst. Danke für deine Erlösung. Du kannst vom Himmel heran. Zeigst du uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt. Für meine Schuld. Und sie liegt in dich ins Kram. Doch du stichst zum Himmel ab. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, ich singe dir zur Ehre. Danke, dass du in mir lebst. Danke, dass du in mir lebst. Danke für deine Erlösung. Du kannst vom Himmel heran, zeigst uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld. Und sie lehnt in dich ins Rad, doch du stehst um Himmel ab. Herr, dein Name sei erhöht. Du kannst vom Himmel heran, zeigst uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld. Und sie lehnt in dich ins Rad, doch du stehst um Himmel ab. Herr, dein Name sei erhöht. So, ich habe euch gesagt, es wird noch etwas kommen und jetzt ist es soweit. Linda hat etwas für euch vorbereitet und das kommt jetzt. Also seid gespannt, macht euch bereit. Los geht's. Hallo ihr Lieben, ich habe einen Basteltipp für euch. Vielleicht habt ihr an den Ostertagen ein bisschen Zeit, weil ihr nicht zu Oma und Opa fahrt. Oder ihr könnt es auch nach Ostern machen. Und zwar basteln wir zusammen einen Ostergarten. Ich habe euch meinen Ostergarten mitgebracht und erkläre euch jetzt, was ihr dafür braucht und wie das Ganze funktioniert. Für den Ostergarten braucht ihr folgende Dinge. Einen kleinen Blumentopf, einen Teller oder ein Tablett. Ihr könnt aber auch einen Schuhkarton nehmen oder eine Kiste von Mandarinen. Eine Schnur, eine Schere, ein bisschen Frischhaltefolie, ein paar Stoffreste. Das werden die Verbände von Jesus, die im leeren Grab liegen werden. Und ich war noch im Wald und habe folgende Dinger geholt. Steine, Moos, Baumrinde, Stöcke und die Erde habe ich von zu Hause. Vielleicht habt ihr in der Nähe auch einen Wald oder einen Park, in dem ihr hinspazieren könnt und die Dinger holen könnt. Vielleicht finde ich auch noch ein paar andere Schätze, die ihr verwenden könnt. Ich zeige euch mal, wie es geht. Weil wir den Teller ja auch noch benutzen wollen nach dem Ostergarten, mache ich den erst mal mit Frischhaltefolie. So, dann kommt da ein bisschen Erde drauf. Und die Grabhöhle. So, als nächstes kommt der Moos. Das Moos. Das Moos, der Moos, Moos. Das verteilt ihr. Ihr braucht ganz schön viel Moos. Ich habe auch ein bisschen mehr mitgemacht. So, bis der komplette Topf zugedeckt ist. Vor das Grab lege ich ein bisschen Baumrinde. Ungefähr so sieht das jetzt aus. Und ein paar Steine. Man soll ja nicht zu viel vom Teller sehen. In das leere Grab kommen jetzt die Bänder, die Tücher, in die Jesus gelegt hat. Und vor das Grab kommt ein großer Stein. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. So sieht das jetzt aus. Jetzt bleiben noch die Stöcke übrig. Und zwar schneiden wir ein Stück Schnur ab. Suchen uns zwei Stöcke. Und binden die so aneinander, dass es ein Kreuz ist. Mal sehen, ob es klopft. Dieses Kreuz stecken wir hier ins Moos. Das ist das Kreuz, wo Jesus ist. Ihr könnt das jetzt entweder so lassen oder ihr macht noch zwei kleine Kreuze daneben. Das mache ich jetzt. Und schon ist euer Ostergarten fertig. Wenn ihr mögt, könnt ihr hier auch noch ein paar Blumen pflanzen oder Kresse-Samen. Ganz wie ihr mögt. Da ist euer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich weiß nicht genau, wann ihr das bastelt. Wenn ihr das heute noch bastelt, dann könnt ihr das so basteln. Wenn ihr das aber am Ostersonntag oder Ostermontag bastelt oder irgendwann nach Ostern, dann dürft ihr natürlich den Stein zur Seite rollen. Dann sieht man nur noch das Grab, wo die Bänder sind. Wenn ihr mögt, könnt ihr euer Bild von eurem Ostergarten uns gerne zusenden. Hier unten seht ihr eine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr euer Bild von eurem Ostergarten hinschicken. Wir würden uns freuen, zu sehen, wie eure Ostergärten aussehen. Letztes Mal haben wir gehört, dass Mabuso sich verletzt hat am Knie, weil er die Vase retten wollte. Und heute hören wir darüber, wie Mabuso behandelt wird. Der Doktor ging mit Mabuso aus dem großen Raum in einen anderen Raum in seinem Haus, um ihn dort zu behandeln, in den Behandlungsraum. Dort setzte er Mabuso auf eine Liege. Die Liege, so ein komisches Ding, das aussah wie ein Bett, aber so hoch war wie ein Tisch. Und man konnte drauf liegen. Aber Mabuso wusste nicht, dass man ein Bett auch Liege nennt, weil man ja auf dem Bett liegt. Also müssten die Autos auch nicht Autos heißen, sondern fahren. Das fand Mabuso witzig, obwohl ihm sein Knie sehr wehtat. Während der Doktor das Knie behandelte, er hat ein Pflaster draufgeklebt, hat das Blut weggewischt erst mal. Dann hat er da ein paar Splitter rausgeholt und dann hat er da ein Pflaster draufgemacht. Und während er das alles gemacht hat, erzählte er, wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Mabuso hörte total gespannt zu, aber er verstand es nicht. Er sagte, wie kann denn das Grab dann leer gewesen sein? Am dritten Tag, wenn doch Jesus eigentlich da drin gelegen hat und tot war. Der kann doch nicht einfach, das verstehe ich nicht. Und der Doktor erklärte es ihm nochmal und Mabuso wollte es nicht verstehen. Mabuso war aber auch sehr stark abgelenkt, weil der Doktor hatte die ganze Zeit dieses, so ein Ding um den Hals hängen. Hängen, da bin ich hier. Und das fand Mabuso irgendwie viel interessanter als das leere Grab. Und er fragte, was das ist. Und der Doktor sagte, das ist ein Stethoskop. Damit kann ich dein Herz abhören. Und er hängte sich das in die Ohren rein. Und dann legte er sich das an die Brust und dann, den Mabuso an die Brust und dann, sagte er, hörte er seinen Herzschlag. Und das fand Mabuso total faszinierend und sagte, darf ich auch mal. Und der Doktor gab ihm das und Mabuso zog das Stethoskop an und begann, sich abzuhören und den Doktor abzuhören. Und dann, als er fertig war mit dem Abhören, sagte er, so Doktor, jetzt nochmal. Wie war das mit der Auferstehung? Kannst du mir das nochmal erklären? Wie ist Jesus auferstanden? Wie kann das Grab leer gewesen sein? Und der Doktor sagte, das ist, im Grunde ist das total einfach. Kannst du bitte mal schnell nach Hause laufen und mir zwei Eier holen? Und Mabuso nickte und lief weg. Er lief weg und der Doktor, der ging auch weg. Und als Mabuso wiederkam, hatte er zwei Hühnereier da. Aber der Doktor war nicht mehr in dem Behandlungsraum. Und das Stethoskop lag rum. Mabuso überlegte, was er jetzt machen sollte. Also wollte er auf jeden Fall erstmal warten. Er zog sich das Stethoskop wieder an und fing an, alles abzuhören. Er begann an seinen Füßen, über sein Knie, über die Hüfte, zum Bauch. Der Bauch machte so komische Geräusche. Das fand Mabuso echt lustig. Und dann ging es zum Herzen und dann hörte er, wie das Herz pochte. Und das war total spannend. Und so ging er überall durch an seinem Körper. Und dann dachte er, hm, ich will mal alles andere abhören. Und dann fing er an. Erstmal die Liege. Keine Geräusche. Dann der Tisch vom Doktor. Keine Geräusche. Dann der Stuhl. Und der Schrank. Und die Bücher. Und nirgendwo kam irgendwas raus. In dem Moment kam der Doktor auf einmal wieder. Und sagte, ach, Mabuso, du bist schon wieder da. Das ist sehr schön. Hast du die Eier? Mabuso präsentierte ganz stolz ein Ei, weil in der anderen Hand hatte er das Stethoskop. Und dann zeigte er auch noch das zweite Ei. Und dann sagte der Doktor, wow, du hast sogar zwei Stück. Das ist super. Lass uns das mal testen. Ist da was drin? Ist in diesem Ei was drin? Mabuso nickte und sagte, ja, da müsste ja das Ei drin sein. Oder vielleicht sogar schon das Küken. Und der Doktor sagte, zieh mal das Stethoskop an. Mabuso zog das Stethoskop an. Und dann nahm der Doktor das Ei und legte das Stethoskop an. Und sagte, kannst du etwas hören? Nee, gar nichts. Da ist nichts. Aber da ist was drin. Ja, aber man hört ja nichts. Und dann sagte er, nahm das andere Ei. Und dann hörte er auch das andere Ei ab. Und da war nichts. Und der Doktor sagte, pass auf, ich habe dir was mitgebracht. Während du weg warst, was holen, habe ich auch was geholt. Und der Doktor nahm eine offene Eierschale. Und er sagte, Mabuso, war da mal was drin? Und Mabuso sagte, ja klar, da muss ja das Küken drin gewesen sein. Und das ist jetzt geschlüpft. Er sagte, ja, dann hör mal hier rein. Und Mabuso hört auch hier rein. Und sagte, aber da ist ja wirklich nichts. Da macht es ja auch keinen Sinn zu hören. Der Doktor lachte. Dann nahm er ein Küken. Und er hat das Küken auch an das Stethoskop gelegt. Ich habe leider kein Küken hier. Auch an das Stethoskop gelegt. Und dann hörte Mabuso wieder dieses, den Herzschlag vom Küken. Und er dachte sich, wow. Und das kam aus dem Ei? Und der Doktor sagte, ja genau. Wenn du das Ei so anguckst und da dran hörst, dann hörst du nichts. Das ist wie das Grab. Aber nach einer Zeit schlüpft da was raus. Und aus dem Grab, dieser Schale, dieses Eis, wenn das Küken rausgeschlüpft ist, dann ist das Grab leer. Und neues Leben ist da. Und genau so kannst du dir das mit der Auferstehung vorstellen. Jesus war zwar tot und im Grab, aber Gott hat ihn wieder auferweckt. Und Gott hat gesagt, dieser Jesus soll definitiv weiterleben. Das ist mein Sohn und der ist für die Sünden der Menschen gestorben. Und der ist auch für deine Sünden gestorben, sagt er zu Mabuso. Mabuso überlegte kurz und sagte, wow, das ist total interessant. Und total einfach zu erklären. Jesus lag im Grab, wo alles tot ist, so wie in dem Ei. Und dann ist er auferstanden und dann war das Grab leer, so wie die kaputte Eierschale. Und der Doktor sagte, genau so ist das. Jetzt haben wir uns etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Wir werden jetzt nämlich ein Lied gemeinsam singen. Und dieses Lied, das kennt ihr schon. Das haben wir letztes Mal schon gesungen. Und es heißt, Jesus kam für dich und für mich. Aber diesmal machen wir das Lied ein kleines bisschen anders. Dazu brauchen wir einen Tisch. Vielleicht habt ihr sogar schon einen Tisch, auf dem vielleicht der Computer steht, auf dem ihr dieses Video gerade guckt. Der Tisch reicht. Was ihr allerdings noch braucht, ist ein Plastikbecher. Bitte verwendet dazu keine Gläser oder irgendwelche Tassen aus Porzellan. Es kann nämlich sein, dass die dabei kaputt gehen, bei dem, was wir machen. Also nur einen Becher aus Plastik verwenden. So. Aber am Anfang brauchen wir eigentlich nur unsere beiden Hände. Und mit diesen Händen hauen wir jetzt zweimal auf den Tisch. Super. Und jetzt klatschen wir in die Hände. Also. So schwer ist das doch gar nicht. Wir machen das einfach nochmal. Und los. Eins, zwei, klatschen. Und weil das so schön klingt, machen wir das einfach jetzt ein paar Mal hintereinander. Und los. Spürt ihr schon den Rhythmus? Ziemlich cool. So. Aber jetzt wird es ein wenig schwerer. Wir nehmen nämlich unseren Becher dazu. Der Becher steht vor euch auf dem Tisch. Ihr nehmt jetzt eure rechte Hand. Legt die einmal auf den Becher drauf. Hebt den Becher hoch. Und setzt ihn einfach wieder ab. Dabei sollte ein kleines Geräusch entstehen. Nicht zu fest, damit der Tisch nicht kaputt geht. Aber so, dass man schon ein bisschen hört, dass da Wumms hinter ist. Super. Und jetzt. Hauen wir wieder mit unseren beiden Händen auf den Tisch. Klatschen. Nehmen die rechte Hand. Beben den Becher hoch. Und setzen ihn wieder ab. Und das gleiche machen wir jetzt auch mit der linken Hand. Wir schlagen mit beiden Händen auf den Tisch. Klatschen. Nehmen die linke Hand. Becher hoch. Und wieder auf den Tisch. Und das machen wir jetzt ein kleines bisschen schneller hintereinander. Und los. Kriegen wir das noch ein ganz klein bisschen schneller hin? Stimmt. Super. Und los. Ich denke, das Lied kriegen wir gleich richtig gut hin. Für die, die allerdings finden, das mit dem Becher ist ein bisschen zu kompliziert für mich. Da komme ich gar nicht hinterher. Die können einfach das machen, was wir am Anfang geübt haben. Und zwar, zweimal mit den Händen auf den Tisch. Und einmal klatschen. Das war's schon. Das werde ich dann mit euch machen. Juli macht es dann mit dem Becher. Und ich mache das einfach mit dem Klatschen. Jesus kam für dich. Jesus kam für mich. Jesus kam für uns als Wetter und Herr. Jesus kam für dich. Jesus kam für dich. Jesus kam für dich. Jesus kam für dich und ist nicht. Er ist Herr der ganzen Welt. Darum macht dich auch den Weg. Wer ihn sucht, der will ihn finden. Jesus kam für dich. Jesus kam für dich. Jesus kam für uns als Hütter und Zell Jesus kam für dich Jesus kam für mich Jesus kam für dich und dich Für die Schuld der ganzen Welt Machte er sich auf den Weg Stab am Kreuz, damit wir leben Jesus kam für dich Jesus kam für mich Jesus kam für uns als Hütter und Zell Jesus kam für dich Jesus kam für mich Jesus kam für dich und dich Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei Wir sind zum Schluss vom Video gekommen Und wir müssen uns verabschieden Denkt daran, dass ihr das Basteln zu uns schicken könnt Malt richtig tolle Bilder und schickt sie uns, wenn ihr das dürft und eure Eltern erlauben Und denkt an den Vers Wie viele von euch haben es denn geschafft, den Vers aufzusagen? Ihr habt heute eine neue Chance, wieder einen Vers auswendig zu lernen Und dann in euren Verwandten, euren Oma, Opa, Tante, Onkel oder allen Eltern zu erzählen Und denkt daran an die große Nachricht Jesus lebt Und er möchte sein Leben mit dir zusammenleben Wir wünschen euch alles Gute Wir, die Kindermitarbeiter von Ostheim Wünschen euch, dass ihr eine schöne Osterzeit habt Dass ihr eine schöne Zeit mit der Familie habt Dass Gott auf euch aufpasst Wir beten für euch Tschüss und macht's gut Musik